Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und ich habe euch vor einiger Zeit gezeigt, wie ihr das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 kostenlos durchführen könnt. Da ist nichts Illegales dabei, das ist in Wahrheit auch kein Trick, sondern ganz offiziell, aber halt nicht hundertprozentig so gewünscht. Wieso Microsoft euch das nicht selber sagt, hat ein paar komplizierte Gründe, die ich am Ende des Videos erläutern will. Was ihr daraus aber mitnehmen müsst, ist folgendes. Ihr könnt Windows 10 ganz einfach mit einem Windows 7 Product Key aktivieren. In der Folge heißt das, das Windows 10 Upgrade ist faktisch weiterhin gratis. Man muss nur wissen, wie. Den Product Key findet ihr üblicherweise auf der Rückseite eures Laptops, irgendwo vorne oder hinten am Gehäuse eures PCs oder in der Original-CD von Windows 7. Über die Jahre werden solche Sticker aber entweder abgeschabt und können nicht mehr abgelesen werden oder gehen einfach verloren. Wie kommt ihr jetzt an euren Product Key? Das ist weiter kein Problem, denn euer Windows 7 Product Key ist auch in der Registry von Windows zu finden. Die Registry nennt sich auf Deutsch Registrierungsdatenbank. Und da speichert Windows alle wichtigen Daten und Einstellungen des Systems. Wir können den Produktschlüssel auch ganz einfach daraus auslesen. Am einfachsten geht das meiner Meinung nach mit einem Programm. Weil wir bei WindowsArea.de hier keine Idioten sind, empfehlen wir euch auch keine Schrottsoftware. Das kostenlose Programm Product Key erfüllt einzig und allein seinen Zweck, enthält keine Werbung, installiert keinen anderen Scheiß mit und ist ganz einfach zu bedienen. Tatsächlich müsst ihr dieses Programm in Wahrheit gar nicht installieren. Mir ist wichtig, dass wir bei WindowsArea.de echt nur qualitative Tools und Apps empfehlen und kein Schrott, welcher euch den PC unnötig zumüllt. Ihr ladet also die ZIP-Datei aus dem Link in der Beschreibung herunter, extrahiert die Datei irgendwo auf euren Desktop und startet dann das Programm mit einem Doppelklick. Binnen Sekunden werden euch dann alle Produktschlüssel aus eurem System ausgelesen und angezeigt. Diesen Produktschlüssel könnt ihr dann einfach kopieren und irgendwo in einem Dokument speichern oder ausdrucken. Ich würde euch jedenfalls empfehlen, den Key entweder abzuschreiben oder auszudrucken und irgendwo sicher zu verstauen. Den Product Key solltet ihr übrigens auch nicht öffentlich irgendwo zeigen. Diesen Product Key könnt ihr nun für das Upgrade auf Windows 10 nutzen. In der Infokarte findet ihr jetzt unsere Anleitung, wie ihr von Windows 7 kostenlos auf Windows 10 wechseln könnt. Jetzt aber zur Begründung, warum das mit dem Upgrade noch geht. Es hat in Wahrheit drei Gründe. Microsoft hatte die Nutzung der Windows 7 Keys am Anfang ermöglicht im Zuge der kostenlosen Upgrade-Aktion. Nachdem das Upgrade ja vorbei war, hätte man das zwar ändern können, aber ihr hättet ja ganz einfach einen alten Installer nutzen können von 2015, wo der Key ja noch ging. Also hat man es einfach gelassen und keinem gesagt. Allzu sehr stört es Microsoft ja eh nicht, dass ihr zu Windows 10 Nutzern werdet. Dort gibt es immerhin OneDrive integriert, den Store und Microsoft hat insgesamt mehr Möglichkeiten, euch als Kunden für seine Dienste zu gewinnen. Wie zum Beispiel Office 365 oder den Xbox Game Pass für PC. Wieso bewirbt Microsoft das dann nicht? Nun, Microsoft möchte vorrangig diesen Kunden ein gutes Benutzererlebnis bieten. Denn zufriedene Kunden sind bleibende Kunden. Wenn ihr aber auf einen 15 Jahre alten Laptop mit alter Festplatte, der noch nie eine Neuinstallation gesehen hat, Windows 10 draufpackt, dann läuft das entsprechend bescheiden. Und der Schuldige dafür ist schnell gefunden, nämlich Windows 10. Also ist der zweite Grund, dass euch Microsoft neue PCs verkaufen will. Wenn ihr Windows 7 habt und Windows 10 wollt, solltet ihr glauben, ihr müsst einen neuen PC kaufen. Aber es gibt noch einen dritten, etwas komplizierteren Grund, welcher ein bisschen was mit Betriebswirtschaft zu tun hat. Microsoft darf euch nämlich auch nicht sagen, dass Windows 10 gratis ist. Auch wenn die meisten Kunden das nicht wirklich merken, kostet Windows 10 ziemlich viel Geld. Im ersten Jahr hat Microsoft seinen Kunden steuerrechtlich somit ein Produkt geschenkt. Jetzt hat Microsoft das in diesem ersten Upgrade ja steuerlich geltend gemacht. Aber das kann man ja nicht für immer. Wo kämen wir denn dahin, wenn ein Unternehmen ein angeblich 150 Euro teures Produkt faktisch verschenkt und das dann beim Finanzamt als Verlust deklariert? Also, auch wenn Microsoft euch ganz gerne als Windows 10 Nutzer gewinnen würde, darf man euch gar nicht sagen, hey, schaut her, so kriegt ihr Windows 10 kostenlos. Denn Windows 10 kostet eigentlich was. Wir machen das aber gerne und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, lasst uns doch gerne ein Abo da für noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, Microsoft Surface und Xbox. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.